Hallo, herzlich willkommen zurück zu Ultimate Chicken Horse mit der Aschner und dem André und dem Champion und dem Sauerkraut. Ja, nicht der Champion, es ist eher im Gegenteil. Er ist unser Underdog. Ich glaube, Sauerkraut hat keinen Bock mehr. Sauerkraut liegt jetzt in der Eck und der Heule. Er meditiert gerade. Was nehme ich? Nehme ich die Münze oder nehme ich die Pfanne? Er macht hier Schnick, Schnack, Schnuck, weißt du so. Mit sich selber. Dann müssen wir auf YouTube dann so einen Skip-Button einfügen. Hat zu viel Sauerkraut gegessen. Ja, Sauerkraut hat also nichts mitgenommen in dieser Runde. Hallo Sauerkraut. Ohlala. Komm, ich mach mal hier ein bisschen die Brücke kaputt. Sauerkraut. Verandalieren. Demi, Demi. 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 Demi, Demi. Demi, Demi. Demi, Demi. Demi, Demi, Demi. Demi, Demi. Demi, Demi. Demi, Demi. Jetzt drehen wir einfach hin durch. Das... 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 Na, mal. Kommst du auch noch mit rüber hier? ich glaube uns verlässt hier jemand aber auch war und spieler nicht da dauerkraut ende naja sauerkraut wurde jetzt bin ich immer ja ich bin empfiehlt später in der nächsten folge war ja schon mal damit an dass sauerkraut eliminiert wurde ja genau jetzt sonst nicht eingefallen oder da gibt es mit erst gestorben hier dauerkraut nicht mehr da ist war muss ja der letzte sein so wäre hier nicht diese verbau ich jetzt einfach weil ich jetzt hier ich mache jetzt auch zu klein also gut du hast etwas zu viel in der brücke man dafür bin ich der andere doch jetzt dann langsam die wiege knapp so das heißt wir machen ja macht hat man bringt hat meine bewegung komisch oh mein gott ja spielt ihr das mal allein ist direkt auch mal ich will ja nicht dafür verantwortlich sein dass die let's plays immer nur fünf minuten gehen aber schreibt es um die kommentare was ihr denkt da war ich habe aber erst ein bisschen pechgrad oder ich mache jetzt schon hier alles kaputt ne die failrunde nein kann mich jemand da runter holen ich leide furchtbar wo geht es denn hier lang man hält das ewig ja diese rakete macht es spaß die ganze ja das sieht komisch aus ja ich will jetzt auch weg ja toll sag dir irgendwann geht dir der treibstoff aus meinst du ne ja bestimmt doch doch hat einfach die ganze Brücke zerstört und hat auch wieder gewonnen ja klar ja liebe Leute wir hängen aber noch ne wir hängen noch ne Runde dran in der Folge das ist zu kurz hallo hallo ihr kriegt heute noch ne Runde wie lange waren wir schon 3-4 Minuten lang das ist zu kurz vielleicht kommt ihr noch ein Winter jetzt du musst den Leuten bereichen ich kann ich kann wieder meine Haut endlich in meinem eigenen Körper alles klar wir haben die ellipo bei uns so ein neuer spieler ja körper getauscht ellipo der bereich oh ne mützen auch der bereichert uns jetzt hoffentlich mit einer schlechten leistung da bin ich zweitletzter bin uh nein wir rocken dann jetzt oh na ok es geht in die Windmühle ich kam nicht mehr bis hoch da war ich auch noch nicht oft im Level komischerweise ja du warst nicht oft bei der Windmühle weil du unten gestorben bist boah hallo 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 ich weiß grad nicht wie man das da machen muss ich guck auch grad erst mal zu hallo 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 hey wir schaffen's die kriegen keine Punkte ne die kriegen keine jippie 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 tada wo ist der andere? ach der ist auch ein Ziel naja der ist immer runter runter gedriftet oh nein diese Pendel warte hab ich jetzt ein Steinchen in der Hand fuck äh wer hat denn hier das hier hin gebaut? achso das ist ja noch gar nicht okay ners mal denn das jetzt schon wieder? kommt ach e ich sister What the fuck? Äh ich klee fest NEIN haha damit wird die Flagge holen betna recht darunter gefallen habräh hätte es sich mit dem fuß wieder hoch dagegen Ja. Ach, ich gebissen. Aha. Yippie! Oh, Solo! Ah ja. Aha. Wisse, kaum bin ich wieder am Schaf, läuft's. Warte mal. Aha. So. Ja, die Faust da unten hat es doch schon mal rausgegeben. Ich weiß gar nicht, wie man da rüberkommt, hätte ich gesagt. Ja, rüber springen halt, ne? Kommt. Ah! Ja, hat mir jemand Glück gehabt. Glück, dass es können. Genau. Glück haben wir es nicht. So. Ah! Ah! Ja, hat mir jemand Glück gehabt. Ich bin gerade förderlich, dass alles so ganz klein ist. Super, der Stein ist abgebrochen. Ach! 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 Aber wir gehen schon mal vor. Ja, ja. Wie wär's denn hier mit ner Blume? Nein. Kann man gar nicht. Okay, schade. Blumen sind kacke. Niemand mag Blumen. So. Was ist das hier schon wieder für der komische Nummer? Hilfe! Nein! Oh Gott! Oh Mann, die Blume hat mich doch tatsächlich erwischt! Hä? Was? Yes! Jetzt weiter, ne? Ich bin gerade so hoch vom Wibchen noch rein. Komm Ashtar, komm! Oh, ist das der andere auch oben? Ja. Ja, ja. Ja. Aber was ist denn? Okay. Du hast genau das richtige Timing erwischt. Warum nicht mal mit ner Pendel springen? Scheiße. Come back hätte ich auch mal gehabt. Ach, ich dachte ich komm rüber. Ja, dieses Scheiß-Vindialator. Jetzt nehm ich den. Kack hier. Was ist denn, wenn ich jetzt hier einen zu mache? Da kommt man gar nicht mehr lang! Ja, mach das! Nein, das geht nicht! Oh! Hey, 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 hey! Da, genau! Warum auch nicht? Okay! Oh Gott! Nein! Ja, alles klar! So, ist das noch möglich? Nein! Ich sehe lauter Reichen! Nein, die muss ich nicht mehr sehen! Oh Mann, das wird nichts! Nein! Ja! Da komm ich nicht durch! Gut erkannt! Ich liebe euch alle! Scheiße! Sogar diese Edipo ist besser! Was für eine Schande! Oh, aber ich nehme keine Bombe! Äh, hallo Leute! Ja, hallo! Was sollte das sein? Ich hab was weggesprengt! Ja, alles klar! Ich sterbe beim ersten Bewegungsapparat! Entschuldigung! Beim ersten Bewegungsapparat! Bei der ersten Bewegung! Voll weggeboxt! Oh! Oh! Ganze! Nein! Sun hat nicht gemerkt, dass es nicht im Ziel ist! Nein! Nein! Das ist eine Aschna, du musst dich absträngen! Das kann ich nicht mehr schaffen! Nein! Wenn du das dahin machst, dann mach ich das da! Und hier keiner mehr schaffen! Oh! Oh! Ich hab dir echt ein Draht hingemacht! Seid ihr bekloppt! Was haben wir gemacht? Da oben! Draht hingemacht! Da oben! Achtung! 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 Ich merk's grad! Weiße! Okay! Nein! Oho! Alles klar! Ach schon, du schaffst es! Okay! Oh, what the fuck! Pass oben auf! Oben bei diesem Schläger! Ja! Ansonsten kann ich eigentlich nichts mehr probieren! Ja! Was war das? Oh! Kopf an Kopf! Kopf an Kopf! Okay! Dann gibt's ja wieder diesen blöden... Kampf um die Flagge, da bin ich immer so schlecht! Oh ja, das will ich sehen! Geil! Wie es gibt Kampf um die Flagge! Wenn man gleich standen hat, dann muss man so ein Sundesk quasi, wer zuerst dann da ist! Wer oben ist? Dann sind wir zwischen euch zwei! Das will ich sehen! Das kann ich nicht! Das ist geil! Ich weiß nicht, was ich fieses... Äh... Abstand! In 3, 2, 1! Oh ja! Ach, es geht doch noch! Oh Gott! Hey, Konzentration! Ich krieg ja gar nicht mehr durch! Ah, ich hasse diese... Tanze! Oh! Ich hasse sie! Bin tot! Nein! Oh Gott! Ganz ruhig ist das nach... Kannst du es schaffen? Dann habt ihr einen... Oh Gott! Weiß nicht, wann ich springen soll! Nein! 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 Widerlage! Da hab ich keine Geduld! Nein! So nah dran! So langsam ist das für die Zuschauer natürlich auch langweilig, ne? Es muss sich was ändern! Es wird sich was ändern in der nächsten Folge! Alles mü mutual zu werden... Hallo! 10bs Alles gut! Ja,vention父 den Bundestag! Untertitelung des ZDF, 2020